Nachdenkseiten Die kritische Website Paus wirbt für eine fragwürdige Demokratieförderung und Faeser für einen schwammigen Gefährderbegriff. Ein Kommentar von Tobias Riegel Familienministerin Lisa Paus, Grüne, und Innenministerin Nancy Faeser, SPD, trommeln momentan für bedenkliche Gesetzespläne. Beide Vorhaben werden mit pompösen Phrasen zur Verteidigung der Demokratie beworben, doch sie können auch eine gegenteilige Wirkung haben. Das geplante Demokratiefördergesetz bleibt umstritten. Mit dem Gesetz soll laut Medien erstmals ein gesetzlicher Auftrag des Bundes festgelegt werden, Demokratieprojekte auch langfristig zu fördern. Dies geschehe bisher zumeist auf einer freiwilligen Basis, ohne Sicherheit für die Betroffenen, ob die Förderung auch noch im folgenden Jahr existiert. Der Disput um das Gesetz entzündete sich auch und zu Recht an der Frage, welche Inhalte und Projekte als die Demokratie fördernd definiert und dann entsprechend unterstützt werden. Kritiker äußern unter anderem die Besorgnis, hier würde sich zugespitzt die Bundesregierung eine handzahme und abhängige Zivilgesellschaft herbeifördern wollen, die dann wiederum vor allem gegen Kritik der Bundesregierung Stellung bezieht. Hier sollen keinesfalls pauschal die Gruppen diffamiert werden, die in den Genuss der Demokratieförderung kommen sollen. Es sind sicher viele gute Initiativen und ehrliche, engagierte Bürger dabei. Aber das Prinzip, das die Regierung Gruppen fördert, die sich zumindest vornehmlich und potenziell gegen Regierungskritik wenden, finde ich ziemlich fragwürdig. Dass sich von der Regierung finanziell abhängige Gruppen dann auch noch als unabhängige Zivilgesellschaft bezeichnen, ist mindestens irreführend. Der Entwurf für das neue Gesetz war laut Medien schon im Dezember 2022 durch das Bundeskabinett verabschiedet worden. Die FDP-Fraktion hatte jedoch im vergangenen März vor der ersten Beratung im Bundestag Bedenken angemeldet und klarere Kriterien gefordert, welche Art von Demokratie-Engagement gefördert werden solle. Die FDP wird in der Sache nun deutlicher. So hat laut Medien der FDP-Bundestagsabgeordnete Max Morthorst dem geplanten Gesetz gerade eine klare Absage erteilt. Das Demokratiefördergesetz wird in dieser Form nicht kommen, sagte er dem Tagesspiegel. Unsere Demokratie zu verteidigen und zu schützen Diesem Gegenwind treten dieser Tage wiederum die Familienministerin Lisa Paus, Grüne und andere Politiker entgegen. So appellierte Paus laut Medien an die Mehrheit im Bundestag und insbesondere an die FDP-Fraktion den Weg freizumachen und das Demokratiefördergesetz endlich zu verabschieden. Es ist der Öffentlichkeit und der Zivilgesellschaft nicht mehr zu vermitteln, warum die Beratungen im Bundestag immer noch nicht abgeschlossen sind. Der Bezug zu den aktuellen Demos gegen Rechts darf da nicht fehlen. Paus begründet die Notwendigkeit des Gesetzes laut Spiegel auch mit Blick auf die derzeit zu erlebenden bundesweit Proteste und Demonstrationen gegen Rechtsextremismus. Diese würden Hoffnung machen, aber nicht ausreichen. Die Bürgerinnen und Bürger fordern ganz klar auch von der Politik und der Regierung, unsere Demokratie zu verteidigen und zu schützen. Die Familienministerin möchte sogar noch einen Schritt weiter gehen. Sie regte nun an, einen Kabinettsausschuss zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus einzurichten, wie es ihn in der vergangenen Legislaturperiode gegeben hatte. Der Gesetzentwurf findet sich verlinkt innerhalb des Artikels. Der Journalist Norbert Hering hat den Entwurf und die ihm innewohnenden Sprachverdrehungen treffend zusammengefasst. Zitat Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die behördlich auszuwählenden § 7 Organisationen mit Steuergeld dabei unterstützt werden, so vage bis gar nicht definierte Untaten zu bekämpfen wie Hass und Hetze im Netz, Desinformation, Verschwörungsideologien, Wissenschaftsleugnung und Delegitimierung des Staates. Viele dieser Begriffe lassen sich mit Kritik an der Regierung oder Widerspruch gegen Regierungsnarrative übersetzen, was die zugrunde liegenden Aktivitäten zu Kernbestandteilen einer funktionierenden Demokratie macht. Trotzdem sei ihre Bekämpfung mit Staatsmitteln nötig, um eine demokratisch verfasste, offene, pluralistische, freie und vielfältige Gesellschaft zu bewahren. Wir müssen in die Umkleidekabinen, in die Stammtische, in die Dörfer. Das folgende Video mit Ausschnitten aus Beiträgen von Grünen-Chefin Ricarda Lange und Lisa Paus weckt weitere Zweifel an dem Gesetzesvorhaben. Lange fordert sozusagen zur Erziehung der Bürger? Wir müssen in die Umkleidekabinen, in die Stammtische, in die Dörfer. Und Paus berichtet, wie die unabhängige Demokratieförderung praktisch aussehen könnte. Das Geld fließt vor Ort in zivilgesellschaftliche Organisationen der Partnerschaft für Demokratie zusammen mit politischen Parteien, Amtsträgern, Polizei. Wir müssen nicht erreichen, große Demonstrationen zu veranstalten, sondern wir müssen in die Umkleidekabinen im Sportverein. Wir müssen in die Stammtische, in den Kneipen, wir müssen in die Dörfer. Wir müssen an alle Orte, wo demokratische Debatten geführt werden. Jetzt auch noch für weitere Bereiche mit dem Demokratiefördergesetz dann auf noch stabilere Füße gestellt werden. Und mit diesem Programm Demokratie leben stärken wir zum einen insgesamt die Strukturen, in denen eben ein relevanter Anteil des Geldes reinfließt in die Partnerschaften für Demokratie, wo eben vor Ort in den Kommunen zivilgesellschaftliche Organisationen zusammen mit auch politischen Parteienvertretern, zusammen mit den Amtsträgern in den Kommunen, zusammen mit Polizei, mit anderen Sicherheitsbehörden arbeiten, zur Stabilisierung, zur Sicherheit der Demokratie. Bei Rechtsextremisten jeden Stein umdrehen. Auch Innenministerin Nancy Faeser, SPD, macht sich zurzeit für das sogenannte Demokratieförderungsgesetz stark, wie Medien berichten. Zusätzlich erregte sie Aufmerksamkeit mit einem weiteren Vorhaben bezüglich des Kampfes gegen Rechtsextremismus. Laut Medien ist Folgendes geplant, Zitat. Finanzströme blockieren, Auslandsreisen verhindern, Waffen einziehen, Veranstaltungen untersagen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, will Rechtsextremisten von allen Seiten unter Druck setzen und ihre Netzwerke zerschlagen. Sie stellte dazu am Dienstag gemeinsam mit dem Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz, BFV, Thomas Haldenwang, und des Bundeskriminalamts, Holger Münch, ein erweitertes Maßnahmenbündel vor. Ziel sei es demnach, bei Rechtsextremismus jeden Stein umzudrehen. Ein Großteil dieser Vorhaben ist allerdings bereits bekannt und teils auch schon beschlossen. Zitat Ende. Wie so oft können Vorhaben, die bei ihrer Einführung mit etnen Motiven verknüpft sind, potenziell auch für bedenkliche Tendenzen genutzt werden, wenn sie erst einmal beschlossen sind und vor allem dann, wenn die Tatbestände nicht scharf genug definiert sind. Das ist bei Faesers Plänen der Fall, denn hier soll ein schwammig umrissenes Gefährdungspotenzial die bisherigen Kriterien wie volksverhetzende und gewaltorientierte Bestrebungen ergänzen, was den Raum für Willkür öffnen könnte. Zitat Zitat Ende. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. Zitat Ende. Zitat Ende. Zitat Ende. Zitat Ende. Zitat Ende.